Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute hören Sie ein Gespräch mit Harald Kujat. Grüß Gott, Herr Kujat. Ich grüße Sie, hallo. Danke, dass Sie sich ein weiteres Mal Zeit genommen haben. Wir hatten bereits vor einem Monat ein sehr interessantes Gespräch, das enorm viele Klicks hatte, innerhalb von drei Tagen über 200.000 Klicks. Die Menschen interessieren sich also für Krieg und Frieden. Ich darf Sie mal kurz vorstellen und wenn Sie meinen, es fehlt etwas, fügen Sie es hinzu. Harald Kujat, früher Generalinspektor der Bundeswehr in Deutschland, Leiter des Planungsstabes oder auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Das ist der höchste militärische Vertreter der NATO, dem die anderen strategischen Vertreter unterstellt sind. Sie wurden damals in geheimer Wahl persönlich gewählt und Sie waren damals auch zugleich Vorsitzender des NATO-Russlandrates und der NATO-Ukraine-Kommission. Wenn ich hinzufügen darf, das ist der NATO-Russlandrat bzw. die NATO-Ukraine-Kommission der Generalstabschefs. Also da sitzen zusammen die NATO-Generalstabschefs, die Oberbefehlshaber der NATO mit dem russischen Generalstabschef und in dem anderen Forum eben mit dem ukrainischen Generalstabschef. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Sie da gemacht haben, weil ich sage, ich habe diese Verantwortung mehrere Jahre getragen. Ich habe ja auch die Beitrittsverhandlungen beispielsweise geführt mit den ersten Mitgliedstaaten, die der NATO beigetreten sind, also Tschechien, Polen und Ungarn. Ich will damit nur sagen, ich lese nicht die Zeitung und gebe das wieder, was in der Zeitung steht, sondern ich baue auf dem auf, was ich persönlich erfahren habe und was ich persönlich auch in diesen Funktionen geleistet habe. Die österreichische Bevölkerung ist auch schon vor einem Monat an ihren Lippen gehangen. Wie gesagt, die Menschen machen sich enorme Sorgen. Und Sie haben damals in dem Interview sehr deutlich gesagt, die Spirale dreht sich immer schneller. Und in einem Artikel in der heutigen Zeitung, den ich kurz zitieren darf, steht als erster Satz, die Eskalationsspirale im Ukraine-Krieg dreht sich schneller. Also auch den Eindruck haben auch andere. Am Montag und in der Nacht auf Dienstag haben russische Streitkräfte mit hunderten Raketen und Drohnen die Ukraine beschossen. Es sei der bisher größte Angriff seit Beginn der Invasion gewesen. In Kiew und in anderen Landesteilen kam es zu Stromausfällen und Notabschaltungen. Menschen sind gestorben. Und im Gegenzug haben ukrainische Truppenberichten auf russischen Telegram-Kanälen zufolge versucht, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk. Wie kann man das alles beurteilen? Naja, die Entwicklung hat sich insofern beschleunigt, als die ukrainischen Streitkräfte am 6. diesen Monats die Grenze nach Russland überschritten haben. Es wird in den Zeitungen immer wieder berichtet, dass das ja das erste Mal sei, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass fremde Truppen auf russischem Territorium sind. Das ist schon natürlich eine enorme Entwicklung. Und daraus muss man eben auch die Konsequenzen auf der russischen Seite sehen. Dieser Angriff, der jetzt am Wochenanfang durchgeführt wurde, dieser massive Luftangriff, der hat natürlich auch seine Ursache in diesem Angriff auf das russische Territorium. Aber es ist eben auch ein Teil der Auseinandersetzung, die seit Monaten bereits läuft. Die Ukraine greift russische Ölraffinerien an. Es gibt sogar erhebliche Einbrüche in der Produktion dabei. Und die Russen greifen die ukrainische Versorgungsinfrastruktur an. Das ist natürlich eine Verschärfung dieses Krieges. Und wie Sie am Anfang gesagt haben, eine weitere Drehung an der Eskalationsschraube, die mit beiden Ereignissen eigentlich einhergeht. Jetzt hört man von Militärexperten, die das Ganze natürlich in verschiedenen Medien beurteilen. Udin schwächelt. Was will Zelenskyj damit erreichen? Kann er diese Gebiete halten? Naja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Vielleicht sollte ich einige grundsätzliche Punkte machen. Was bemerkenswert ist, dass die Ukraine über ausgezeichnete, präzise Lageinformationen der russischen Truppen auf der anderen Seite verfügte. Das hat natürlich diesem Einmarsch, dieser Invasion auf russisches Territorium natürlich die Dynamik gegeben, die wir ja alle gesehen haben. Und das hat eben auch dazu beigetragen, dass die Ukrainer praktisch fächerförmig ausschwärmen konnten und doch einen erheblichen Teil, also im Verhältnis zur Größe Russlands ist das natürlich winzig, aber doch einen erheblichen Teil Russland haben besetzen können. Das zweite Bemerkenswerte ist, dass die Russen diesen Abschnitt der russisch-ukrainischen Grenze, der ja noch wesentlich weiter geht, praktisch nicht gesichert haben. Also sie verteidigen den Bereich, in dem der eigentliche Krieg stattfindet, Donbass natürlich, der gesamte Donbass. Aber in diesem Bereich wurden nur Wehrpflichtige eingesetzt, mit ganz geringer Ausbildung, schlecht ausgerüstet. Zudem gab es da auch offensichtlich Koordinationsschwierigkeiten, denn eigentlich ist für die Grenzsicherung, es war ja keine Grenzverteidigung, sondern eine Grenzsicherung der russischen Nachrichtendienst FSB zuständig. Also es gab auch Koordinationsschwierigkeiten und so gelang es eben, den ukrainischen Streitkräften relativ schnell vorzustoßen. Das zweite interessante Punkt ist, dass die Russen mit ziemlicher Sicherheit genau wussten, dass dort auf der ukrainischen Seite etwas vor sich ging. Die Ukrainer haben aus drei bis vier Brigaden die kampfstärksten Elemente zusammengezogen, zu einer Kampfgruppe, dazu auch Heeresflugabwehr, elektronische Kriegführung, Aufklärung, alles das, was man braucht, um einen geschlossenen Kampfverband etwa in der Größe von 1000 Soldaten herzustellen. So war es zunächst. Das hätte den Russen eigentlich nicht verborgen bleiben müssen. Die Frage ist wirklich, weshalb sie darauf nicht reagiert haben. Offensichtlich haben sie tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer es wagen würden, auf russisches Territorium vorzustoßen. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich dann, warum ist die Reaktion der Russen so langsam erfolgt? Warum hat es so lange gedauert, bis sie tatsächlich reagiert haben? Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Russen einen anderen strategischen Schwerpunkt gesetzt haben. Und der andere strategische Schwerpunkt liegt im Donbass. Das ist die Eroberung einer strategisch wichtigen, für den Nachschub wichtigen Stadt, Okorsk. Und da haben die Russen dann auch erhebliche Fortschritte gemacht und stehen heute, während wir beide hier sprechen, im Grunde in den Vororten dieser Stadt, die sehr groß ist. Es sind 60.000 Einwohner, davon sind 20.000 bereits geflüchtet. Und weitere werden jetzt sehr schnell evakuiert. Das ist der strategische Schwerpunkt Russland und das ist ganz wichtig, weil von diesem Ort aus die Nachschubswege der ukrainischen Streitkräfte, die im Donbass zur Verteidigung eingesetzt werden, unterbrochen werden können. Also es hat alles natürlich seine Bedeutung. Dann bleibt die Frage, welches Ziel hat eigentlich, oder verfolgt die Ukraine immer noch mit dieser Invasion? Und da haben wir im Laufe der letzten drei Wochen ganz verschiedene Varianten gehört. Die entscheidende Frage, die entscheidende Frage, die Kernfrage ist, ist dieser Angriff geeignet, die strategische Lage zugunsten der Ukraine zu wenden? Genau. Wird die also von hier aus sozusagen auf die Segerstraße marschieren und die Russen werden verlieren oder nicht? Oder ist es einfach Bankspiel, dass die Ukrainer hier eingegangen sind? Und am Ende des Tages wird die Lage wesentlich kritischer sein für die ukrainischen Streitkräfte, als sie heute schon ist. Und meine Einschätzung ist, dass das Zweite der Fall sein wird. Deshalb fragt man sich natürlich, warum gehen die Ukrainer dieses Risiko ein? Und das ist, die Antwort liegt einfach im zeitlichen Ablauf der Dinge, die da kommen. Sozusagen das Zieldatum ist der 5. November diesen Jahres. Am 5. November findet in den Vereinigten Staaten... Hatten Sie, Herr Weiz, einen kurzen Aussetzer? Was ist das Zieldatum? Das Zieldatum ist der 5. November. Warum der 5. November? Das ist der Tag, an dem der amerikanische Präsident gewählt wird. Und wir wissen, auch aus der Friedensinitiative, die der ungarische Premierminister Orban vorgenommen hat, aus dem Gespräch, das er mit Trump geführt hat, dass Trump nach wie vor entschlossen ist, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Das heißt, in diesem Zeitraum von heute bis zum 5. November muss einiges geschehen. Auch sowohl vom Westen aus gesehen, von russischer Seite aus gesehen, aber vor allen Dingen aus der Sicht der Ukraine. Und deshalb hat der ukrainische Präsident gestern ja auch eine Pressekonferenz gegeben, in der er sehr ausführlich seine Absichten in diesem Zeitraum vorgestellt hat. Seine politischen Absichten, nämlich so viele Staaten wie möglich hinter seiner sogenannten Friedensformel zu versammeln. Wir haben ja gesehen in der Schweiz, die letzte Gipfelkonferenz dieser Art war nun wirklich kein Erfolg, sondern ein erheblicher Misserfolg. Wir sehen aber auch auf der militärischen Seite, dass die Dinge sich immer stärker, immer positiv für Russland entwickeln und die militärische Lage für die Ukraine immer kritischer wird. Also hier will er auch einiges erreichen. Und er hat dann in dieser Pressekonferenz noch einmal wiederholt, dass sein Wunsch der NATO beizutreten, der ist ja auch auf der letzten Gipfelkonferenz in Washington nicht erfüllt worden. Im Gegenteil, das Ergebnis war sehr enttäuschend für Zelensky. Also das ist einer der Gründe, weshalb sich diese Eskalationsschraube dreht. Sie dreht sich aber auch sonst. Deshalb in jedem Krieg immer, da gilt eben das alte Klauselwitzwort, der eine versucht dem anderen zu überlegen zu sein und der reagiert und so geht das immer hin und her. Und dadurch dreht sich diese Schraube immer weiter. Beide Entwicklungen muss man im Zusammenhang betrachten. Was denken Sie, sind jetzt dort in diesen Kämpfen auf russischem Territorium tatsächlich nur Ukrainer oder sind da auch noch andere beteiligt? Die Russen behaupten ja, dass da andere beteiligt sind. Wir wissen, dass die Ukraine über eine Art Fremdlegion verfügt, also etwa in der Stärke von 20.000 Soldaten plus. Und in dieser Fremdlegion sind natürlich auch Amerikaner vertreten, aber auch Polen und andere europäische Staatsbürger. Es ist gut möglich, dass diese, ich sage noch einmal Fremdlegion, das ist nicht die richtige Bezeichnung, aber es illustriert, worum es sich handelt, dass die dort eingesetzt wurde. Aber belegen kann man das nicht. Also ich kann es jedenfalls nicht verifizieren. Und es ist eindeutig jedenfalls, das hat Präsident Biden schon vor längerer Zeit gesagt, dass keine aktiven Kampftruppen, keine aktiven amerikanischen Kampftruppen sich in der Ukraine befinden. Aber es gibt Militärberater dort, es gibt Ausbilder dort und es gibt eben diese sogenannte Fremdenlegion. Wie soll man das jetzt interpretieren, dass Scholz in Deutschland sagt, er wird die Ukraine in jedem Fall immer weiter subventionieren? Wir hatten eine Diskussion, weil im Haushalt für 2025 eben nicht mehr 8 Milliarden, wie das bisher immer war, in der Größenordnung jedenfalls eingeplant sind, sondern nur noch 4 Milliarden. Aber der Bundeskanzler hat anschließend, und das ist auf Kritik gestoßen, natürlich, es gibt ja in Deutschland eine große Fraktion von Kriegsbefürwortern, die auch glauben, die Ukraine könnte tatsächlich diesen Krieg gewinnen oder zumindest eine militärische Niederlage vermeiden. Und aufgrund dieser Kritik hat der Bundeskanzler einmal gesagt, also wir werden die Ukraine, so wie bisher diese Floskel, solange es nötig wird, unterstützen. Und es kommt eben hinzu, zwei Dinge kommen eben hinzu. Das eine ist, dass die Europäische Union 50 Milliarden, das ist auf der G7-Konferenz schon entschieden worden, bereitstellen wird, aus den Zinsgewinnen russischen Vermögens, das dann an die Ukraine gehen wird. 50 Milliarden, ich weiß nicht, wie groß im Augenblick der jährliche Betrag ist an Zinsen, der dort eingebracht wird, aber es ist doch ein erheblicher Betrag. Zweitens hat die NATO ja auch auf ihrer Gipfelkonferenz in Washington beschlossen, 40 Milliarden Euro bereitzustellen im nächsten Jahr für die Ukraine. Man muss natürlich sagen, dass alle diese Unterstützungsmaßnahmen haben ein Verfallsdatum, ein mögliches Verfallsdatum, sage ich einmal. Und dieses Verfallsdatum ist wieder der 5. November. Denn wenn Präsident Trump, der dann neue Präsident Trump, wenn er tatsächlich gewählt werden sollte, seine Worte wahr macht, dann wird es eben eine Lösung geben, so wie er das angekündigt hat. Und dann sind alle diese Maßnahmen obsolet. Das muss man eben hinzufügen. Aber sie können sich darauf, also die Ukrainer, nicht sie, die Ukrainer können sich mit Sicherheit darauf verlassen, dass Deutschland nach wie vor erhebliche Mittel bereitstellen wird, für die Unterstützung der Ukraine und auch militärisches Material liefern wird. Man muss eben auch bedenken, es geht ja nicht nur darum, Waffensysteme und Munition zu liefern, sondern der ukrainische Haushalt wird ja zu nahezu 50 Prozent von ausländischen Mitteln finanziert. Allein die Funktionsfähigkeit der ukrainischen Regierung hängt davon ab, dass nach wie vor Geld fließt in die Ukraine. Jetzt gibt es noch eine Meldung zu dem Ganzen, die natürlich viele Menschen sehr verunsichert. Russland will die Atomwaffendoktrin anpassen. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Was bedeutet das für uns? Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Pläne Russland hat. Ich kann Ihnen nur sagen, wie die Nuklearwaffendoktrin Russlands aussieht. Sie ist fast so wie die NATO-Doktrin. Und das sind praktisch zwei Elemente. Das eine Element ist, wenn wir mit Nuklearwaffen angegriffen werden, dann werden wir auch mit Nuklearwaffen antworten. Das heißt also, falls die NATO oder sonst irgendjemand Nuklearwaffen gegen Russland einsetzen sollte, dann sieht Russland natürlich die Berechtigung, auf die gleiche Weise zu reagieren. Das Zweite ist, und da muss man schon sehr sorgfältig aufpassen, was man sagt und wie man das beschreibt. Das Zweite ist, wenn es eine existenzielle Bedrohung durch einen konventionellen Angriff gibt, für den russischen Staat und für das russische Volk, dann wird Russland auch über den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden und möglicherweise diese auch einsetzen. Das ist ja das Risiko, das ich seit Jahren immer wieder beschrieben habe, wenn es tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO käme, entweder, weil die NATO fünf Minuten bevor die Ukraine eine katastrophale militärische Niederlage erleidet, dann doch noch entscheidet oder einzelne NATO-Staaten entscheiden, eigene Kampftruppen zu entsenden, in die Ukraine zu entsenden, so wie es Präsident Macron ja vor einiger Zeit auch gesagt hat. Das wäre dann der Augenblick, in dem man das entscheiden müsse. Dann, und es kommt dann zu einer direkten Konfrontation zwischen russischen Truppen und NATO-Truppen, dann könnte durchaus die Situation entstehen, dass die eine Seite oder die andere Seite in eine Lage gerät, aus der sie keinen anderen Ausweg sieht, als den Nuklearwaffen einzusetzen. Das ist das große Risiko. Nicht, weil irgendjemand, ob Putin oder sonst irgendjemand entscheidet, heute setzen wir mal Nuklearwaffen ein. Denn so läuft das nicht. Aber es können eben Situationen durch diesen Krieg entstehen, die dann zu einer nuklearen Eskalation führen. Beispielsweise sollte es in Russland dann gelingen, die NATO-Truppen zurückzudrängen und auf NATO-Territorien vorzudringen, weil nicht rechtzeitig amerikanische Reserven eintreffen, dann wäre auch die NATO in einer solchen Situation über den Ersteinsatz, muss man sagen, von Nuklearwaffen nachzudenken. Kommt es umgekehrt, dass die NATO-Streitkräfte sehr stark sind und es ihnen gelingt, sozusagen dann auch auf russisches Territorium vorzudringen, dann stellt sich diese Frage für Russland. Ich will vielleicht nochmal einen Begriff erklären, weil der immer wieder falsch genannt wird. Wir unterscheiden zwischen einem Erstschlag, das ist also First Strike in Englisch. Erstschlag bedeutet, ich bin in der Lage, den Gegner so weit zu schlagen, dass er selbst zu einer Antwort nicht mehr fähig ist. Diese Möglichkeit haben wir nicht, hat die NATO nicht und diese Möglichkeit hat auch Russland nicht. Auch die Vereinigten Staaten haben sie nicht. Der Begriff, um den es hier geht, heißt Ersteinsatz. Also in Englisch First Use. Wer als erster Nuklearwaffen einsetzt. Das ist der entscheidende, der kritische Punkt dabei. Und beide Seiten, sowohl die NATO, auch die Vereinigten Staaten, aber auch Russland, auch Putin hat das mehrfach erklärt. Wir werden unter den gegenwärtigen Umständen keine Nuklearwaffen einsetzen. Putin hat sogar gesagt, wir sind doch nicht verrückt. Wir wissen, was ein Nuklearkrieg bedeutet. Und jeder muss sich darüber im Klaren sein. Wenn eine Seite Nuklearwaffen eine Nuklearwaffe einsetzt, ganz gleich, welcher Größe, mit welcher Trägerrakete, mit welcher Reichweite, verändert sich die Natur dieses Krieges total. Dann ist es nicht mehr der Krieg in der Ukraine, sondern dann ist es ein europäischer Krieg um die Ukraine, der möglicherweise dann auch weiter hin zu Nuklearwaffen eskaliert. Das, was Sie jetzt am Schluss sehr verdeutlicht haben, ist ja genau das, wovor sich meiste Menschen sehr fürchten. Also weil diese Eskalation, die jetzt hier entstanden ist, durch das Überschreiten der Grenze nach Russland, meinen viele, hier wird sehr viel provoziert, hier wird sehr viel Emotion auch bedient, wie Sie am Anfang gesagt haben, wieder eine Grenzüberschreitung. Es ist auch eine extreme Demütigung, die hier stattfindet. Krieg wird auch auf emotionalen Ebenen und auf psychischen Ebenen geführt. Wie sieht es jetzt eigentlich noch aus mit tatsächlich der Möglichkeit von ernsthaften Friedsverhandlungen? Das wird ja eigentlich, so stellt es sich mir zumindest da immer schwieriger. Ja, lassen Sie mich Ihre Frage in zwei Teilen beantworten. Der erste Teil ist die militärische Antwort. Wozu sind die Russen in der Lage? Was geschieht jetzt eigentlich? Also was wir sehen ist, diese vielen Ziele, die genannt werden, ich habe das vorhin nicht ausgeführt, die von der ukrainischen Seite genannt wurden. Erstens, Russland soll gezwungen werden, seine Angriffsformationen aus dem Donbass abzuziehen, um dann in der Kursregion sich gegen den ukrainischen Angriff zu verteidigen. Ist nicht geschehen. Russland hat immer weiter angegriffen, weil das die strategische Priorität ist. Russland ist aber in der Lage gewesen, die Lage in der Kurs zu stabilisieren. Nicht noch nicht die Ukrainer zurückzudrängen auf das ukrainische Territorium, aber die Lage zu stabilisieren. Inzwischen sind erhebliche Kräfte von anderer Stelle herangeführt worden durch Russland. Es sind vor allen Dingen auch Kampfhubschrauber, die schon bisher sehr erfolgreich in diesem Krieg eingesetzt wurden, dort zusammengezogen worden. Also die russische Reaktion wird langsam beginnen. Aber wie wird sie erfolgen? Da gibt es zwei Optionen. Die erste Option ist, ist, dass man über so starke, überlegene Kräfte zusammenzieht, dass man in der Lage ist, die ukrainische Invasionsstreitkräfte vernichten zu schlagen. Die zweite Option ist die, dass man langsam, immer Schritt für Schritt versucht, diese Invasionsarmee oder die Invasionsstreitkräfte zurückzudrängen. Wobei es den Russen immer darum geht, nicht primär Territorium zu verteidigen, sondern vor allen Dingen den Gegner zu schwächen. Das heißt, ihm so viele Verluste wie möglich zuzufügen. So haben sie das gemacht in Bachmut, wo sie erhebliche, den Ukrainern erhebliche Verluste zugefügt haben. So haben sie es gemacht in AfD-Evka. Das könnte hier auch der Fall sein. Aber ich will nur die beiden Optionen darstellen. Was die Verhandlungen betrifft, muss man Folgendes sagen. Der ukrainische Präsident hat jetzt gesagt, also mit Russland kann man ja nicht verhandeln und Russland will ja auch gar nicht verhandeln. Das stimmt nach diesem Angriff auf Russland. Da haben die Russen gesagt, solange ukrainische Truppen auf unserem Territorium sind, verhandeln wir nicht. Es stimmt aber nicht, wenn wir die Zeit vor diesem Angriff betrachten. Denn da hat ja wenige Wochen zuvor der russische Präsident einen zwar schwierigen für die Ukraine, aber er hat doch einen ganz konkreten Verhandlungsvorschlag gemacht. Also die ukrainischen Streitkräfte müssen sich aus den Gebieten des Donbass zurückziehen, die sie noch besetzt halten, was auch ein Hinweis darauf ist. Dass es Russland um den Donbass geht, also in den Grenzen der früheren Verwaltungsbezirke, aber nicht um eine Errohrung der gesamten Ukraine. Und er hat dann gesagt, wenn das der Fall ist und wenn die Ukraine gleichzeitig und ausdrücklich sagt, wir wollen ein neutraler Staat sein, wir wollen nicht in die NATO reingehen, dann können wir am nächsten Tag verhandeln. So hat Putin das erklärt. Also man muss differenzieren zwischen der Phase vor der Invasion der Ukraine und danach. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Denn es bedeutet, dass grundsätzlich Verhandlungen nicht ausgeschlossen sind. Wenn die ukrainischen Streitkräfte zurückgedrängt sind auf ukrainisches Territorium, dann ist die Situation wieder offen, jedenfalls für Russland offen. Und ich denke, Russland wird dann auch wieder bereit sein, mit der Ukraine zu verhandeln. Nun sagt der ukrainische Präsident, wir können schon deshalb nicht verhandeln, weil das bedeuten würde, die Vorbedingungen bedeuten würden, dass wir 30 Prozent des ukrainischen Territoriums aufgeben müssten. Nun muss man sich natürlich immer vor Augen halten, was auf dem Spiel steht. Die Aufgabe des Territoriums, das überwiegend von russischsprachigen Menschen bewohnt wird, das ist natürlich und ganz klar eine Eroberungspolitik, aber man muss eben auch die Grundlagen dazu sehen. Oder aber die fortschreitende Zerstörung des Landes und des Verlustes von immer mehr ukrainischen Menschen in diesem Krieg. Also ich würde, wenn ich der Präsident eines Landes wäre im Krieg, würde es mir immer in erster Linie darum gehen, die Menschen zu schützen und die Zukunft des Landes, die wirtschaftliche Zukunft des Landes und die Sicherheit des Landes in der Zukunft zu garantieren. Gut, das ist aber meine persönliche Einstellung. Ich bin der Überzeugung, unter diesen Bedingungen, die Russen haben Vorbedingungen gestellt, ich habe sie eben geschildert, die Ukraine hat Vorbedingungen, die Russen müssen zunächst das Land verlassen, das sie angegriffen haben und viele andere Vorbedingungen mehr. Deshalb bin ich der Meinung, der einzig realistische Ansatz ist der, den die Chinesen im Februar vergangenen Jahres veröffentlicht haben. Sie haben nämlich gesagt, die Verhandlungen, es muss jetzt Verhandlungen geben und die Verhandlungen sollten dort wieder beginnen, wo sie Mitte April 2022 unterbrochen wurden. Dann da hatten die beiden Verhandlungspartner sich weitgehend angenähert. Es gab immer noch offene Fragen, auch schwierige Fragen, die zu lösen waren. Die sollten ja dann in einer Begegnung der beiden Präsidenten geklärt werden, aber man hatte sich weitgehend angenähert. Und in der letzten Woche war ja auch der indische Präsident Modi, Modi, bin ich auf den Namen gekommen, Nahandra Modi in der Ukraine und er hat, vorher war er in Polen und er hat ganz klar gesagt, dieser Krieg kann nicht auf dem Schlachtfeld beendet werden. Er muss diplomatisch beendet werden. Und jetzt sehen wir, dass dieser Begriff eine diplomatische Lösung auch von Zelensky verwendet wird. Aber nach wie vor sind seine Bedingungen so hoch und er glaubt immer noch, dass er mit seiner sogenannten Friedensformel, die er auf den verschiedenen Konferenzen immer wieder dargelegt hat, Erfolg haben wird. Ich halte das für eine Sackgasse. Ich halte die einzige wirkliche Möglichkeit, zu einer Lösung zu kommen, indem beide Seiten ihre Vorbedingungen beiseite räumen, was nicht heißt, dass sie in den Verhandlungen dann wieder auf den Tisch kommen. Aber es können dann Verhandlungen erst mal beginnen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich bin der Meinung, dies sollte dann auch, und ich komme wieder auf dieses Verfallsdatum zu sprechen, das sollte jetzt möglichst bald geschehen, machen, denn sonst entscheidet, gibt es zwei mögliche Entscheidungen. Die eine ist, dass die ukrainischen Streitkräfte eine vernichtende militärische Niederlage erleiden, und dann braucht man keine Verhandlung mehr, jedenfalls aus russischer Sicht, oder aber, dass der amerikanische Präsident Trump heißt am 5. November und sagt, jetzt wird endlich Schluss gemacht und es wird verhandelt und sonst gibt es keine weitere Unterstützung, denn das ist ja die eigentliche Lösung. Nur durch die westliche Unterstützung kann ja dieser Krieg fortgesetzt werden. Und wenn der amerikanische Präsident sagt, ich unterstütze nur dann, wenn ihr verhandelt, oder aber wir stellen die Unterstützung ein, dann gibt es keine Alternative für die Ukraine, dann muss sie verhandeln und Russland wird dann auch in Verhandlungen einwilligen. Jetzt waren Sie so lange an der Spitze der Bundeswehr in Deutschland Jahrzehnte und an der Seite der Politik. Worum geht es hier bitte? Man hat einfach das Gefühl, es geht hier nicht um diese kleinen, also klein ist ja der komplett falsche Ausdruck, um eigentlich das Sterben im Kleinen in den Ländern, sondern worum geht es hier, wenn man das ganze Bild anschaut? Worum geht es hier strategisch? Wir müssen sehen, dass nach der Implosion der Sowjetunion, nach dem Ende des Warschauer Paktes, also ab 1990, wir in einer Phase waren, wo sich die tektonischen Platten zwischen Ost und West verschoben haben. Und überall an den Rändern brach es auf, gab es Konflikte, das war in Jugoslawien, das war in Georgien, überall dort brachen diese tektonischen Platten auf und es wurde versucht in dieser Zeit sozusagen einen Weg in die Zukunft zu finden. Es gab einen vielversprechenden Ansatz, die Charta von Paris. Diese Chance ist von allen vertan worden. Es gab eine enge Zusammenarbeit zwischen der NATO und Russland. Es gab eine strategische Partnerschaft zwischen der NATO und Russland. Und wir haben militärisch sehr, sehr gut, sehr intensiv zusammengearbeitet. Politisch gab es eine sehr enge Abstimmung auch in wichtigen Fragen. Was die meisten Menschen vergessen, ist, die Zusammenarbeit war wirklich vernünftig. Vernunft ist das entscheidende Wort für mich. Wir haben Russland massiv unterstützt beim Untergang der Kurs. Viele werden sich da gar nicht mehr daran erinnern, bei diesem schrecklichen Ereignis, das da passiert ist. Wir haben geholfen, wir haben auch entsprechende Übungen gemacht, Rettung aus gesunkenen U-Booten und vieles mehr. Die Russen haben sich der NATO mit Truppen unterstellt und an einem NATO-Einsatz im Kosovo teilgenommen. Ich selbst habe diese Verhandlung damals mit Russland geführt, im Auftrag der Amerikaner übrigens. Und dass das Zusammenwirken dort auch zwischen, das war ja ein deutscher Sektor im Kosovo, aber es war eben ein NATO-Befehlshaber und den russischen Streitkräften war ausgezeichnet, da gab es nichts zu beanstanden. Aber den Russen ging es vor allem darum, eine Art Pufferzone einzurichten zwischen der NATO und Russland, weil sie vermeiden wollten, dass es zu einem Konflikt kommt, durch menschliches Versagen, durch technisches Versagen, wenn sich NATO-Soldaten und russische Soldaten sozusagen Auge in Auge gegenüberstehen, kann das natürlich passieren. Dieses, das ist schon Mitte der 90er Jahre ist das schon ein russisches Anliegen gewesen und ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, auch in den Verhandlungen über den NATO-Russern Grundlagenvertrag spielte das eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben dann eine Lösung gefunden, die russischen Vorstellungen nicht hundertprozentig berücksichtigt, aber wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden und dann entstand langsam, aber immer beschleunigt sie sich immer mehr eine Entwicklung von der einseitigen Kündigung des ABM-Vertrages durch die Vereinigten Staaten, ganz wichtig für die nuklearstrategische Stabilität zwischen den beiden nuklearen Supermächten, dann 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest, wo der damalige Präsident Bush versucht hat, mit aller Gewalt eine Einladung an Georgien und der Ukraine durchzusetzen, was nicht gelungen ist und dann wurde da in das Kommuniqué eine gesichtswahrende Formel aufgenommen, dass beide Staaten eine Perspektive hätten, das hat in der Ukraine bei dem damaligen Präsidenten Saakashvili dazu geführt, dass er glaubte, nun würde ihn die NATO schützen und dann gab es eben diesen Einmarsch der Georgier in Süd-Ossetien und so entwickelte sich immer mehr ein Spannungsverhältnis, hinzu kam die Stationierung des Ballistic Missile Defense Systems der NATO in Polen und in Rumänien und es wurde immer mehr und dann kam der Putsch 2014 in Kiew der demokratisch gewählte Präsident Janusz Kowicz wurde vertrieben und dann gab es den Minz-2 Vertrag vermittelt von Deutschland und Frankreich der Vorsah dass die Ukraine bis Ende des Jahres 2015 eine Verfassungsendung durchführt die den russischsprachigen Menschen im Donbass die gleichen Rechte einräumte wie den übrigen Ukrainern das ist nicht geschehen und weder Frankreich noch Deutschland haben darauf gedrängt und so entwickelte sich das immer weiter wissen Sie lassen mich nur den einen Satz nur sagen das entscheidende in einer so dynamischen Entwicklung ist immer dass es jemanden gibt der dieser Entwicklung in die Speichen greift der Eskalation in die Speichen greift und diesen Politiker gab es nicht sondern es gab ganz andere nationale Vorstellungen wie die Welt in Europa insbesondere in Zukunft und darüber hinaus aussehen sollte Lassen Sie mich vielleicht noch eine Bemerkung machen Nun muss man das Ganze sehen auch vor der sogenannten neuen Weltordnung der rivalisierenden großen Mächte das ist also China und das ist Russland und die Vereinigten Staaten und China hat gewaltig aufgeholt politisch über die BRICS-Staaten immer mehr immer mehr Staaten wollen diesem Bündnis beitreten China hat militärisch gewaltig aufgerüstet und China wird in Kürze in der Lage sein die Vereinigten Staaten als Weltmacht als dominierende Weltmacht abzulösen und der Ukraine Krieg hat eines ganz klar deutlich gemacht in dieser Rivalität dieser drei großen Mächte ist nicht Russland der eigentliche Rivale der Vereinigten Staaten sondern es ist China aber Russland ist so eng mit China verbunden dass eine Schwächung Russlands politisch wirtschaftlich militärisch zugleich eine Schwächung des eigentlichen Rivalen nämlich Chinas ist und so bekommt das Ganze eben ein anderes Bild ein größeres Bild als den eigentlichen Krieg dort in der Ukraine es ist in der Tat ein Krieg der geführt wird um ganz andere Dinge und nicht nur um die Zukunft der Ukraine und um eine künftige europäische Sicherheitsordnung sondern es geht auch um die zukünftige Weltordnung dieser großen Mächte dabei Vielen Dank ich lasse Sie sehr gerne ausreden Ok Wenn das Herz voll ist läuft der Mund über sagt man bei uns Jetzt ist nur mal die Frage auf welcher Seite steht die EU Da sind wir ja wir Mitglied Gleichzeitig sieht man dass die Ukraine Orban wahrscheinlich auch bestrafen möchte für seine Bemühungen in Richtung Friedensgespräche die er geführt hat Auch der EU war ja das nicht recht obwohl das im Prinzip die Aufgabe doch der EU wäre die ja ein Friedensprojekt ist Auf welcher Seite steht jetzt die EU Da sind wir Mitglied Die müsste doch im Prinzip auch an der Seite Orbans stehen Es kann ja nicht sein dass die Ukraine einfach die Pipelines mehr oder weniger abdreht Die Europäische Union ist mit ihrer strategielosen perspektivlosen Ukraine Politik für uns ein Riesenproblem eine Riesengefahr Und sie sehen das zum einen daran dass beispielsweise der ukrainische Ministerpräsident der diese Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union überwinden wollte indem er mit Zelensky sprach mit Putin sprach mit Xi Jinping sprach mit Trump sprach kritisiert wurde von seinen Partnerstaaten aber auch von der von der Europäischen Union der Administration also eigentlich der Angestellten muss man dazu sagen das sind ja die Angestellten der Europäischen Union wir haben hier eine völlige Verschiebung auch der nicht nur der Zuständigkeiten sondern der Verantwortlichkeiten das ist es ist ein für mich ist das ein unglaublicher Skandal dann sehen sie das Europäische Parlament kurz am Tag nachdem das Parlament zusammengetreten ist nach der letzten Wahl wird eine Resolution verabschiedet die im Grunde genommen eine Kriegsresolution ist im Zusammenhang mit der Ukraine was ist das was ist aus der Europäischen Union geworden die 2012 den Friedensnobelpreis erhalten hat dafür dass sie Frieden in Europa geschaffen hat und jetzt führt sie uns immer weiter in eine Sackgasse hinein in eine Sackgasse hinein die dazu führen könnte dass aus diesem Krieg in der Ukraine ein europäischer Krieg wird der die gesamte nicht nur die gesamte Europäische Union sondern Gesamteuropa beschädigen könnte das ist eine unglaubliche Entwicklung und jetzt aber konkret auf ihre Frage es ist ein Skandal es ist die Ukraine ist nicht Mitglied der Europäischen Union sie steht in keinem besonderen Verhältnis zur Europäischen Union und Mitglieder ist ja nicht nur Ungarn sondern es ist ja auch die Slowakei beispielsweise die davon betroffen sind Mitglieder der Europäischen Union werden hier einfach im Stich gelassen ja und das ist ja unser Gedächtnis ist ja kurz wissen sie wir hatten ja schon zweimal in der Vergangenheit eine Situation ich will das nicht jetzt im Einzelnen schildern aber wo die Ukraine den Hahn zugedreht hat 2006 und 2009 und da hat die Europäische Union damals selbst aktiv eingegriffen und eine Regelung herbeigeführt die dazu führte dass der Hahn wieder aufgedreht wurde also was dieser Krieg in den Köpfen einiger Politiker verursacht hat ist unglaublich das muss man wirklich einmal so deutlich sagen na dazu gehören ja so Aussagen die hört man regelmäßig dass davon ausgegangen wird quasi Putin möchte sich die Ukraine greifen und dann ganz Europa und gleichzeitig Putin wird uns den Gashahn abdrehen heute stand auch wieder in der Zeitung weil sie sagen was ist in den Köpfen passiert Headline kein russisches Gas mehr nach Österreich was im Extrem Szenario geschieht das ist für mich nicht verständlich diese Headline denn Putin liefert ja er will weiter liefern und es war nie die Rede davon dass er nicht mehr liefern möchte das Gegenteil ist eigentlich der Fall es ist die Regierung die jetzt bei uns derzeit noch im Amt ist die das Gas nicht annehmen möchte obwohl wir es bisher gebraucht haben und es günstig war also das Extrem Szenario das hier an die Wand gemalt wird das ist in keiner Weise Existenz hat nichts mit der Realität zu tun die Realität ist Putin liefert Gas ja das ist auch wenn man auf die Sprengung von Nord Stream zu sprechen kommt eine Röhre ist ja noch völlig intakt und wenn Gas verlangt wird wird Gas geliefert sofort und es wird ja da entsteht ja die Fiktion wenn wir jetzt russisches Gas nehmen bezahlen wir sozusagen russische Waffen mit denen sie Krieg in der Ukraine führen können wir müssen einfach sehen die wirtschaftlich ist doch die Situation völlig anders die Sanktionen die wir immer noch immer neue Sanktionen Russland auferlegen haben doch nicht dazu geführt wie es ursprünglich hieß von der Europäischen Union dass durch den Druck der durch die Wirtschaftssanktionen entsteht Russland gezwungen wird den Krieg den Angriffskrieg einzustellen das ist nicht geschehen sondern die Nachteile dieser Sanktionen die hier bei uns statt unsere Wirtschaftswachstum ist minimal oder sogar zeitweise in Deutschland negativ gewesen während in Russland das Wirtschaftswachstum sehr ordentlich ist das ist also genau das Gegenteil entstanden von dem was ursprünglich dann muss man doch wirklich einmal überlegen wenn die Strategie wenn es überhaupt eine Strategie ist die Maßnahmen die ich anwende wenn die nicht zum Erfolg führen was muss ich dann tun erlasse ich dann neue Maßnahmen von denen ich auch weiß dass sie nicht zum Erfolg führen oder überdenke ich meine Maßnahmen und versuche die Dinge auf andere Weise zu regeln es ist einfach naiv es ist infantil geradezu was wir auf diesem Sektor machen und was den was diese Behauptung betrifft Putin plane einen Angriff auf ganz Euro also auf NATO Staaten und auf die NATO insgesamt und einige Politiker nennen ja sogar Jahreszahlen also 1929 oder auch eher ja ich kann nur noch eines sagen und das wird überwiegend damit begründet dass Russland von Friedenswirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat natürlich das muss man zur Kenntnis nehmen aber ich kann auch verstehen ganz egal ob ein Land der Aggressor oder der Verteidiger ist wenn sich ein Land im Krieg befindet man versucht es natürlich die Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umzustellen das ist doch völlig klar und es gibt nach meiner Kenntnis überhaupt keinen Beleg dafür dass Russland diese Absicht hat nicht also eine Bedrohung oder eine Angriffsabsicht besteht ja aus zwei Komponenten einmal aus der Fähigkeit einen solchen Angriff durchzuführen und zweitens aus der Absicht und diese Absicht habe ich bisher von russischer Seite noch nicht gehört aber ich lese natürlich auch was die amerikanischen Nachrichtendienste schreiben die schreiben nämlich jedes Jahr einen so eine Art Bedrohungsreport ja in dem sie die Risiken des eigenen Landes darstellen und da steht auch in diesem Jahr wieder drin dass Russland unterhalb der Schwelle eines offenen Angriffs gegen amerikanische oder NATO Streitkräfte agiert also nicht die Absicht wird darin eben nicht bewusst genannt und ein weiteres hinzu Russland könnte eigentlich nur sinnvoll einen NATO Staat sei es die baltischen Staaten oder auch Polen oder Rumänien angreifen wenn Russland die gesamte Ukraine erobern würde und das sozusagen zum Sprungbrett machen würde diese Absicht ist auch bisher nicht erkennbar und ich glaube auch nicht dass Russland bereit ist sich diese Last aufzuerlegen wenn sie einmal vergleichen wie viele Besatzungstruppen in der befreundeten DDR waren russische Besatzungstruppen und das Hochrechnen wie viele Besatzungstruppen Russland benötigen würde um die große Ukraine zu besetzen und zu unterdrücken das rechnet sich einfach nicht also ich denke mal für Deutschland kann ich nicht für Österreich sprechen aber für Deutschland kann ich nur sagen wir haben 2011 als mit der Begründung das Verhältnis zu Russland hat sich positiv entwickelt und wird sich weiterentwickeln es gibt keine Bedrohung für Deutschland es gibt keine Bedrohung für Europa praktisch die Landes- und Bündnisverteidigung abgeschafft wir haben die Bundeswehr ihrer Struktur nach ihrem personellen Umfang nach ihrer Bewaffnung und Ausrüstung ausschließlich auf Auslandseinsätze umfunktioniert Das ist ein klarer Verfassungsbruch in Deutschland denn die deutsche Verfassung sagt der Bund ganz knapp der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf und das heißt dass diese Streitkräfte auch in der Lage sein müssen das Land zu verteidigen das ist 2011 abgeschafft worden in der Zwischenzeit hat sich niemand wirklich von unseren Politikern darum bemüht diesen Zustand zu ändern und deshalb sage ich wir brauchen eigentlich gar nicht dieses Bedrohung Szenario natürlich muss man sich immer auf den schlechtesten auf den negativsten Fall einstellen völlig klar aber es reicht völlig aus das zu erfüllen was die Verfassung fordert ich möchte mal einen deutschen Politiker hören der sagt wir werden jetzt im Einklang mit der Verfassung alles so weit herrichten wieder dass die Bundeswehr in der Lage ist im Rahmen des Bündnis Deutschland und unsere Bündnispartner mit zu verteidigen das würde völlig ausreichen Ja die Rechte und Pflichten aus Verfassung und Grundrechten sind wirklich in den letzten Jahren sehr angegriffen worden sehr durchlöchert und durchsiebt worden und es läuft eigentlich alles nicht mehr in Richtung dessen was sich ein Bürger oder das Volk eines Landes wünscht sondern ja es geht irgendwo in eine andere Richtung andere bestimmen über uns das ist ja das was sich natürlich jedem aufdrängt wenn man sich überlegt die EU arbeitet nicht für die Länder die hier miteinander verbunden sind sondern sie arbeitet offensichtlich für andere und vertritt die Interessen anderer weil unsere sind es nicht die EU möchte keinen Krieg haben wir irgendein wichtiges Thema eine wichtige Perspektive noch außer Acht gelassen ich kann immer nur wiederholen was ich glaube ich auch in der letzten Sendung gesagt habe ich würde mir wünschen dass alle die politisch verantwortlich handeln dürfen auch politisch verantwortlich handeln und das bedeutet dass gerade also für Deutschland insbesondere ich kann nur für Deutschland sprechen dass wir das Friedensgebot das bei uns in der Verfassung steht express verbes ja dass wir uns bemühen tatsächlich einen aktiven Beitrag zum Frieden zu leisten und nicht nur das wir haben in zwei UN Resolutionen 2022 unmittelbar zu Beginn des Krieges uns verpflichtet durch Diplomatie durch Gespräche durch Verhandlungen den Krieg zu beenden nichts ist derartiges ist geschehen gar nichts und das ist ein Totalversagen nicht nur der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik sondern auch der Europäischen Union insgesamt ja und das Narrativ was genau diese Themen betrifft das bewegt sich nur in eine Richtung jeder der genauso wie sie jetzt ja vernünftigerweise sagt wir brauchen Frieden und wir müssen in diese Richtung tätig werden der wird natürlich mittlerweile als Rechtsextremer geframed das muss man wirklich einmal in aller Deutlichkeit sagen ich habe solche Zeiten nie erlebt und ich habe eigentlich immer gedacht ich werde sowas nicht erleben dass Frieden etwas ist oder Friedensverhandlungen wenn man die möchte dass das etwas ist was man nicht mehr sagen darf ich kann vielleicht abschließend Willy Brandt zitieren der gesagt der gesagt hat Frieden ist nicht alles aber ohne Frieden ist alles nichts und das sollten sich mal einige hinter die Ohren schreiben ist ob man wirklich seiner politischen Verantwortung gerecht wird wenn man Waffen liefert das mag wichtig sein durchaus für die Verteidigung aber mit Waffen stellt man keinen Frieden her Harald Kuert im Gespräch vielen herzlichen Dank dass Sie sich Zeit genommen haben für uns gerne alles Gute und Servus nach Österreich sagt man ja wohl bei Ihnen liebe Grüße und einen schönen Tag passen Sie gut auf sich auf Herr Kuert Dankeschön villa see you you Untertitelung des ZDF, 2020